Ausweis kontrollieren. Fahrschein bitte. Junge Mann, hören Sie mich. Also, Ihren Fahrschein bitte. Das stinkt wie ein Widerobst. Der verbestet die ganze Bahn. Und zeig mal ein Fahrausweis. Jetzt hören wir auf das Aufliege. Lass mich in Ruhe. Ganz ruhig. Sonst können wir auch anders. Zeigen Sie bitte mal Ihren Fahrausweis. Fahrausweis bitte. Lass uns Fahrausweis. Zoten weg hier. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Was soll das werden? Was geht's in die Sonne? Er ist doch total fertig. Lassen Sie doch in Ruhe. Ist Ihre Sache? Keine Chance mehr, Alter. Hey, hey, hey. Hey, unser Freund verloren. Hey, du. Hey, hallo. Lass mal stehen. Toll, hey. Hey. Hör. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR